Hi, ich sitze hier mit meinem 90-jährigen Papa auf der Baustelle in Neustadt und wir haben gerade geguckt, wie weit wir schon gekommen sind. Die Lichtdecke ist mittlerweile entfernt, inklusive der Verkabelung, ebenso alle Lüftungskanäle. Die Wand verschwindet und das ist unser Bauleiter, Baustar und Mann unseres Vertrauens. Er ist voll in der Familie, der Adam. Adam magst du wie immer? Ja klar, so wie immer, Vollgas und fertig wäre. Genau, ein Chip, alles an, ein Chip, alles aus. Und, hast du noch was dazu zu sagen? Ich meine, das ist ganz gewaltig, was hier geschieht. Das hat es in der Generation Böde gerade noch nicht gegeben. Wir schaffen das.